Sieben Marketing-Gurus, die Sie und Ihr Unternehmen weiterbringen. Sie prägen die Marketing-Landschaft. Neil Patel, Gary Vaynerchuk, Thomas Hutter, Philipp Roth, Joachim Rumor, Helge Ruff und Simon Sinek. In diesem Artikel lernen Sie mehr über die Arbeit dieser Marketing-Gurus und was Sie von ihnen lernen können. Ganz unabhängig davon, wie vertraut Sie mit der Welt des Online-Marketing sind. Sich mit Experten zu umgeben, ist immer eine kluge Strategie. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Marketern, die Ihr Wissen großzügig mit Ihnen teilen. Aber wie finden Sie wirklich hilfreiche Ratschläge in der Flut von verfügbaren Informationen? Einen richtigen Marketing-Guru macht einiges aus. Unter anderem erzielt er erfolgreiche Ergebnisse für seine Kunden und trägt gleichzeitig innovativ zur Entwicklung der Marketing-Industrie bei. Wir stellen Ihnen sieben Experten vor, mit deren Hilfe Sie Ihr eigenes Marketing-Wissen täglich erweitern können. Nummer 1 Neil Patel Neil Patel ist vor allem bekannt durch seinen eigenen Marketing-Blog sowie seine Unternehmen Crazy Egg und Kissmetrics. Heute hilft er großen Unternehmen, ihren Umsatz zu steigern und das mit Erfolg. Laut Forbes ist er einer der Top 10 Online-Marketer. Hier können Sie von Neil Patel lernen. Besonders inspirierend ist Neil Patels Geschichte, weil ihm keine seiner Errungenschaften in die Wiege gelegt wurde. Seit seiner Jugend arbeitete er sich mit erfolgreichem Unternehmergeist nach und nach an die Spitze der Marketing-Branche. Von Neil Patel lernen können Sie vor allem auf dem Marketing-School-Podcast auf seinem Blog, auf seiner Facebook-Seite mit täglichen Updates und nützlichen Links und auf seinem YouTube-Channel rund um Sales, SEO und Blogging. Wenn Sie auf Neil Patels Blog vorbeischauen, begegnen Ihnen eine Reihe von Artikeln rund um die Themen Online-Marketing, Social-Media-Management und Traffic-Generierung, die stets mit interessanten Statistiken und hilfreichen Screenshots versehen sind. Hier finden Sie beispielsweise eine extrem detaillierte Anleitung, wie Sie Ihren eigenen Blog erstellen. Warum Sie Neil Patel folgen sollten Komplizierte Marketing-Ideen einfach vermittelt. Seine Artikel sind extrem leserfreundlich und interaktiv konzipiert. Langeweile kommt hier nicht auf. Die Kunst, präsent zu sein Neil Patel macht vor, wie Sie Ihre Inhalte erfolgreich über Plattformen hinweg verbreiten. Treffen Sie datengetriebene Entscheidungen Auf seinem Blog und mithilfe seiner Tools erklärt er Schritt für Schritt, wie Sie auf Grundlage einer Datenbasis handeln. Tipp! Neil Patel empfiehlt Neil betont vor allem die folgenden zwei Schritte. Erstens, lösen Sie ein einzigartiges Problem Ihrer Zielgruppe. Ein Problem, mit dem genügend Menschen konfrontiert sind. Und dann vermarkten Sie Ihr Unternehmen. Es reicht nicht aus, ein großartiges Produkt zu kreieren und darauf zu warten, dass es automatisch gefunden wird. Sie müssen lernen, wie Sie es durch Marketingstrategien verbreiten. Nummer 2 Gary Vaynerchuk Mit seiner Werbeagentur VaynerMedia unterstützt Gary Vaynerchuk große Unternehmen in ihrer gesamten Marketingstrategie. Angefangen bei der Erstellung von kreativen Denkanstößen bis zum Aufbau von E-Commerce-Shops. Bekannt ist er außerdem für seine charismatischen Auftritte als Speaker auf einer Reihe von Marketing-Events. Hier können Sie von Gary Vaynerchuk lernen. Auch Gary Vaynerchuk setzte seine unternehmerische Natur bereits in seiner Jugend ein, um kleinere Geschäfte abzuwickeln, bevor er während seiner College-Jahre das Online-Marketing des Geschäfts seines Vaters, einen Online-Weinhandel, vorantrieb. Folgen Sie diesen Kanälen, um mehr über Gary Vaynerchuks Strategien zu erfahren. Finden Sie Zitate und Inspirationen auf seinem Instagram-Account. Auf seiner Facebook-Seite postet er neueste Updates und ist in seiner First-in-Line-Community aktiv. Entdecken Sie täglich neue Videos auf seinem YouTube-Channel. In seinem Video-Format Hashtag AskGaryVee beantwortet er Fragen seiner Zuschauer rund um die Themen Marketing, Social Media und Unternehmertum. Und in der Hashtag DailyVee-Serie dokumentiert er sein Leben als Unternehmer, Geschäftsführer, Investor und Speaker. Warum Sie Gary Vaynerchuk folgen sollten Kaum jemand liefert Ihnen relevante Informationen so knallhart und gerade heraus wie GaryVee. Hier wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Sind Sie auf der Suche nach Motivation? GaryVee spricht viel darüber, was beruflicher und persönlicher Erfolg für ihn bedeutet und was es dafür braucht. Kreative Interaktion mit Ihrem Publikum Lernen Sie beispielsweise über den Einsatz zielgerichteter Hashtags, wie etwa sein Hashtag 60SecClub auf Instagram. Tipp Gary Vaynerchuk empfiehlt GaryVee bringt's auf den Punkt. Seien Sie authentisch, arbeiten Sie hart und vernachlässigen Sie keinen Ihrer Social-Media-Kanäle. Wenn Sie auf der Suche nach einem deutschsprachigen Experten für Facebook-Marketing sind, dann sind Sie auf dem Blog von Thomas Hutter an der richtigen Adresse. Als Geschäftsführer von Hutter Consult hilft er außerdem internationalen Unternehmen bei der Entwicklung einer ganzheitlichen Facebook-Marketing-Strategie. Hier können Sie von Thomas Hutter lernen. Möchten Sie Thomas Hutter persönlich kennenlernen, können Sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz eines seiner Seminare rund um Facebook-Marketing besuchen. Den Terminkalender dazu finden Sie auf unserem Blog. Außerdem teilt Thomas Hutter sein Marketingwissen auf diesen Plattformen. Ausführliche Inhalte finden Sie auf seinem Blog. Nützliche Links teilt er auf seinem Twitter-Kanal. Weitere Links zu seinen Artikeln sowie Einblicke hinter die Kulissen gibt's auf Facebook. Warum Sie Thomas Hutter folgen sollten Kaum woanders werden Sie so aktuelle und umfangreiche Informationen rund um das Thema Facebook-Marketing finden. Welche rechtlichen Bestimmungen gelten für Sie? Thomas Hutter klärt über die deutsche Rechtsprechung in den sozialen Medien auf. Auch für aktuelle deutschsprachige Facebook-Statistiken werden Sie auf seinem Blog fündig. Tipp Thomas Hutter empfiehlt Facebook ist ein Mittel zum Zweck. Alles, was Sie auf Facebook posten, muss Ihrem Marketing-Ziel dienen. Schalten Sie niemals einen Post, nur weil noch keiner gemacht wurde. Nummer 4 Philipp Roth Philipp Roth ist Co-Founder von AllFacebook, eines der größten Social-Media-Marketing-Magazine in Deutschland. Darüber leitet er seit einigen Jahren sein eigenes Social-Media-Team in der Agentur Raysono. Hier können Sie von Philipp Roth lernen. Besonders bekannt ist Philipp Roth für seine AllFacebook-Marketing-Konferenz, die zweimal jährlich in Berlin und München stattfindet. Hier können Sie alles rund um Social-Media-Marketing für Unternehmen lernen und sich mit über 700 Teilnehmern vernetzen. Termine für weitere Workshops rund um Facebook-Marketing finden Sie außerdem auf unserem Blog. Um mehr zu lernen, lohnt es sich zudem, Philipp Roth auf diesen Kanälen zu folgen. Nützliche Links und Updates zur Konferenz erhalten Sie auf der Facebook-Seite. Infos rund um Social-Media-Marketing auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. finden Sie auf seinem Blog. Auf Twitter wird fundiertes Marketingwissen geteilt. Sie sind ganz neu im Thema Facebook-Marketing? Dann finden Sie auf unserem Blog AllFacebooks ausführliche Einführungen. Warum Sie Philipp Roth folgen sollten Hier erfahren Sie alles rund um Social-Media-Marketing, auch über Facebook hinaus. Über die Konferenz gewinnen Sie Zugang zu einer vielfältigen Community und den neuesten Marketing-Trends. Die Inhalte auf AllFacebook sind stets erfrischend einfach und unterhaltsam gestaltet. Tipp Philipp Roth empfiehlt Ihre Posts werden nur gelesen, wenn Sie dem Nutzer auch wirklich einen Mehrwert bieten. Stellen Sie beispielsweise nützliche Apps zur Verfügung oder veranstalten Sie eine Verlosung. Generell gilt, kürzere Posts funktionieren meist besser. Nummer 5 Joachim Rumor Joachim Rumor ist einer der bekanntesten Xing-Trainer Deutschlands und veröffentlicht auf seinem Blog regelmäßig neue Tipps rund um die effektive Nutzung der Networking-Plattform. In seiner Akademie für digitale Kundengewinnung berät er außerdem Unternehmen und ihre Mitarbeiter zum Thema Social Selling. Hier können Sie von Joachim Rumor lernen. Auch Joachim Rumor bietet eine Reihe von Workshops und Seminaren an, in denen Sie mehr von ihm lernen können. Sowohl rund um die Optimierung Ihres Xing-Profils, als auch über Sales- und Networking-Strategien. Auf diesen sozialen Kanälen lohnt es sich, Joachim Rumor zu folgen. Etwas privatere Einblicke und Tipps finden Sie auf seiner Facebook-Seite. Auf seinem YouTube-Channel beantwortet Joachim Rumor Fragen rund um Xing. Auch auf Xing selbst veröffentlicht er regelmäßig Artikel und Interviews. Warum Sie Joachim Rumor folgen sollten Erfahren Sie alles rund um die Relevanz und Optimierung Ihres Profils auf beruflichen Netzwerken. Spezialisierung auf Xing. Hier finden Sie Fakten und Aktuelles rund um die Plattform. Betreiben Sie Networking? Joachim Rumor berät außerdem gezielt zu Strategien für erfolgreiches Vernetzen. Tipp Joachim Rumor empfiehlt Nutzen Sie das Potenzial der Digitalisierung für Ihr Unternehmen bestmöglich aus, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Gerade eine optimierte Seite auf beruflichen Netzwerken wie Xing unterstützt Sie ungemein bei einer professionellen Online-Präsenz, die die Grundlage für Ihren zukünftigen Erfolg bildet. Nr. 6 Helge Ruff Als Gründer und Geschäftsführer der Münchner Social Media Agentur One2Social erstellt Helge Ruff mit seinem Team Strategien und Konzepte für die Social Media Kanäle von Unternehmen. Darüber hinaus ist er außerdem als Speaker, Autor und Dozent tätig. Hier können Sie von Helge Ruff lernen. Bei Helge Ruff sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Ihre Marketingstrategie vor allem auf Ihre Social Media Kanäle konzentrieren wollen. So finden Sie auf unserem Blog etwa ein umfassendes Tutorial rund um genau dieses Thema. Weitere Inhalte von Helge Ruff gibt es hier. Auf Facebook gewinnen Sie Einblicke in Workshops und Events von One2Social. Auf Twitter teilt Helge Ruff interessante Infos und seine eigene Meinung zu aktuellen Marketingthemen. Auf dem Blog der Agentur finden Sie ausführliche Artikel rund um Social Media Marketing. Auch Helge Ruff ist als Dozent, Autor und Speaker häufig auf Marketingveranstaltungen zu finden. Warum Sie Helge Ruff folgen sollten Ständige Weiterbildung Helge Ruff legt besonderen Wert darauf, neue Entwicklungen und Trends der sozialen Netzwerke zu vermitteln. Bringen Sie Ihre Marke ins Gespräch. Hier lernen Sie mit Ihrem Content in erster Linie Ihre Fans zu begeistern. Auf Social Media spezialisiert Bei Helge Ruff finden Sie tiefergehendes Wissen über die einzelnen Netzwerke und deren Nutzer als bei breiter aufgestellten Agenturen. Tipp Helge Ruff empfiehlt Über Social Media haben Sie die Möglichkeit, Millionen von Menschen aus einer bestimmten Zielgruppe mit Ihrer Botschaft zu erreichen. Nutzen Sie dieses Potenzial durch eine ausgefeilte Marketingstrategie, anstatt Ihre Reichweite nur durch gelegentliche Posts künstlich klein zu halten. Nummer 7 Simon Sinek Simon Sinek ist bekannt für seinen extrem erfolgreichen TED-Talk, wie große Führungspersönlichkeiten zum Handeln inspirieren, sowie seine Marke Start with Why. Er hilft Individuen und Unternehmen dabei, die Frage nach dem Warum ihres Tuns zu beantworten und so eine klare Richtung ihrer Marketingstrategie zu entwickeln. Hier können Sie von Simon Sinek lernen. Berühmt wurde Simon Sinek mit seinem Bestseller Start with Why und seinen Auftritten als Speaker, in denen er ausführlich auf die Themen Zielsetzung und Bestimmung eingeht. Auf folgenden Kanälen können Sie weitere aktuelle Inhalte von Simon Sinek konsumieren. Auf seinem YouTube-Channel beantwortet er Fragen von Zuschauern und spricht über wichtige Führungsqualitäten. Über seinen Twitter- sowie Instagram-Account teilt Simon Sinek persönliche Gedanken und inspirierende Zitate. Spannende Links und Videos finden Sie auf seiner Facebook-Seite. Warum Sie Simon Sinek folgen sollten Warum tun Sie, was Sie tun? Simon Sinek hilft das Warum ihrer Marketingstrategie zu hinterfragen. Lassen Sie sich inspirieren Sein Ziel ist es, Menschen zu ermöglichen, sich am Ende des Tages inspiriert, sicher und erfüllt zu fühlen. Einheitliches Content-Marketing Seine Social-Media-Kanäle sind selbst ein sehr gutes Beispiel für konsistente und leicht wiedererkennbare Inhalte. Tipp Simon Sinek empfiehlt Es kommt nicht nur darauf an, was oder wie Sie Ihre Ziele verfolgen, sondern dass dieses Was und Wie auch konsistent zu Ihrem Warum passt. Ihre Marketingstrategie sollten Sie stets mit diesem Gedanken im Hinterkopf aufbauen, um Ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Seien Sie mit Leidenschaft dabei Jeder unserer vorgestellten Gurus bringt seine eigenen innovativen Marketingkonzepte mit. Seien es motivierende Ansätze, kreative Social-Media-Strategien oder das Aufbauen von Marketer-Netzwerken. Eine Ansicht teilen jedoch alle. Im allerersten Schritt müssen Sie als Unternehmer Ihre Tätigkeit mit voller Leidenschaft ausüben, um erfolgreich zu sein. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher Branche Sie tätig sind oder welche Nische Sie sich ausgesucht haben. Wenn Sie durch und durch von Ihrer Marke überzeugt sind und vermitteln können, warum Sie Ihr Ziel verfolgen, werden Ihre Marketinganstrengungen auch wahrscheinlicher Ihr Publikum überzeugen können.